ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen technischen marktupdate den risiko und weiß gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche es geht direkt los wir gehen rüber in die xstation und wir fangen mit dem nasdaq 100 an der future konnte in der vergangenen woche den mittelfristigen aufwärtstrend durch einen höheren schlusskurs bestätigen und das bedeutet dass es mehr aufwärtspotenzial gibt und zwar bis zum august hoch da ist nämlich der nächste wichtige widerstand zu finden das heißt die gewinne könnten in dieser woche ausgebaut werden ich habe heute morgen übrigens ein inflations special veröffentlicht den link für das video gibt es unten in der beschreibung dort erfahren sie dann unter anderem wie die inflationsentwicklung die aktienmärkte in den nächsten monaten beeinflussen könnte aber zurück zu den charts der deutsche leitindex notiert nach wie vor in einer seitwärts range und die würde ich folgendermaßen definieren geliebungspunkte bei 15.816 und auf der oberseite bei 16.063 der markt versucht sich zu erholen und könnte auch die wichtige zwischentrendlinie bei 15.984 punkte zurückgewinnen wenn der markt sich dort etablieren kann in den kleineren zeitanheiten dann könnte es auch einen test der oberen grenze und auch ein neues jahres auch geben und wir erinnern uns das rekord hoch ist ja eigentlich zum greifen nahe euro dollar korrigiert beziehungsweise hat in der vorwoche stark korrigiert es gab vier fehlausbrüche am widerstand bei 1 10 33 nummer 1 2 3 und dann der vierte in der vorwoche eine seitwärts range die nach unten verlassen wurde und das bedeutet dass der euro ganz schön unter druck geraten ist allerdings nur kurzfristig und zwar das ist eben die langfristige aufwärtstrend struktur und das bedeutet dass der markt eigentlich nochmals eine chance bekommen könnte nach oben auszubrechen kurzfristig könnte es noch mehr spielraum geben bis in richtung 107 59 da gibt es viele berührungspunkte und das ist wichtiges niveau gewesen und vielleicht könnte der markt erst noch mal etwas weiter nachgeben bevor er dann gleicht sich wieder stärker erholt wichtiger widerstand jetzt bei 1 0 9 29 gold hält sich über dem wichtigen ausbruchsniveau bei 2010 dollar in der vorwoche konnte dieses niveau erfolgreich verteidigt werden wichtiger hochpunkt gewesen fehlausbruch 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 vorzeitig umkehrt dann der bruch und jetzt die erfolgreiche verteidigung und solange dieser bereich hält gibt es eben die chance die ganzen widerstände ja zu testen und dann vielleicht auch ein neues rekord hoch zu erreichen und die struktur ist ja auch bullisch und deswegen sind anstiege das basis szenario wti baut die verlustserie für eine vierte woche in folge aus zumindest wenn wir hier die schlusskurse berücksichtigen in dieser woche ist noch nicht so sonderlich viel passiert aber die anfälligkeit für weite rückgänge ist natürlich enorm und da könnte es relativ schnell wieder in diese zone zwischen 64 und 65 dollar gehen während ein widerstand bei 71 66 zu finden ist wichtiger zwischen hochpunkt gewesen dann der bruch und dann der kampf in der vorwoche deswegen muss zumindest dieser bereich mal zurückgewonnen werden damit dann ja auch wieder etwas mehr optimismus unter den händlern ja zustande kommt jetzt noch abschließend der bitcoin die kryptowährung konnte sich am ende der letzten woche wieder fangen also am wochenende und hat dann auch über der unterstützung bei 26.630 dollar geschlossen fehlausbruch und fehlausbruch nummer zwei es gibt einen ausgedehnten aufwärts impuls dann die abc korrektur und jetzt eben die verteidigung das spricht also für die möglichkeit eines neuen angriffs auf das rekord hoch aber die zuvor durchbrochenen unterstützung dienen jetzt eben als widerstände und da läuft der markt jetzt auch schon in die erste zone rein und positiv wäre natürlich eine etablierung oberhalb von 27.600 und 77 dollar lasst gerne einen daumen da wenn euch der content gefallen hat ansonsten werde ich mich morgen wieder bei euch melden viel erfolg und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal